Die erste Karte ist in der letzten Woche. Meine Färben. Was ist denn mit dir los? Nichts. Papa ist bis zu über 50, war mit der Mama verheiratet. Was glaubst du, ist der dabei geht, wenn du auf einmal mit einer Juniorin herumziehst? Ich hätte selber nicht geglaubt, dass mir so etwas passiert, nicht? Ich leb nicht mehr lange. Ach, nicht mehr 20. Guten Morgen. Morgen. Wir suchen für einen Erstbezug. Ah ja, na gerne. Für die Enkel, ne? Ja, für ein Jungespaar. Ich hab euch etwas mitgebracht. Polizei! Schaffst du uns den Wahnsinn irgendwie weg? Nein, pack's nicht. Papa, du machst Schluss damit und wir reden nicht mehr drüber. Ja, wir haben uns eben verliebt, die Rosa und ich. Alle glauben, alter Leute haben keine Gefühle mehr. Von sowas lass ich mich nicht klein kriegen. Das ist einer der Vorteile des Alters. Man wird unsichtbar. Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hm! Das war's für heute.